Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der Westsächsischen Wohn- und Baugenossenschaft. Bei uns wohnt die Zukunft. Morgen erwartet uns eine ähnliche Wetterlage wie heute. Der leicht stürmische Wind der letzten Tage bleibt weiterhin unser Begleiter. Bei Tageshöchstwerten knapp oberhalb der 10-Grad-Marke dominieren am Dienstag Wolken das Wettergeschehen im Sendegebiet. Gelegentlich lässt sich auch mal kurz die Sonne blicken. Diese Wetterlage können wir 1 zu 1 auf den Mittwoch spiegeln. Am Donnerstag wird es dann eher ungemütlich. Bei Maxi-Werten von 11 Grad zeigt sich der Westsachsenhimmel den ganzen Tag übertrübe und zugezogen. Ab dem Nachmittag ist mit vereinzelten Niederschlägen zu rechnen. Ähnlich kommt der Freitag daher. Bei einem bedeckten Himmel und Temperaturen um die 10 Grad zieht der eine oder andere Schauer herein.